Dann die Dinmont Terrier. Diese kleine bis mittelgroße Hunderasse hat einen langen, niedrigen Körper. Erwachsene Dann die Dinmont Terrier sind 20 bis 28 Zentimeter groß und wiegen um die 8 bis 11 Kilogramm. Sie haben große, ausdrucksstarke Augen und ein charakteristisches Fell, welches auf dem Kopf seidig und weich ist. Das doppelte Fell am Körper besteht aus weicher Unterwolle und rauerem Deckhaar. Die Farben sind Pfeffer oder Senf. Eckdaten Lebenserwartung. 12 bis 15 Jahre Gewicht. 8 bis 11 Kilogramm Schulterhöhe. 20 bis 28 Zentimeter Fellfarbe. Der Mantel ist entweder in Pfeffer, Grau oder Senf. Ein goldgelber Farbton, erhältlich. Größe. Klein Dann die Dinmont Terrier steht auf dem Graskarakter der Dann die Dinmont Terrier hat bestimmte Eigenschaften, welche typisch für Terrier sind. Er ist entschlossen, störisch und hat ein unabhängiges Wesen. Er ist außerdem sensibel, anhänglich und liebt seine Menschen innig. So dass er ein sehr